Hallo, ich bin wandern von Lemberg Weyer bis nach Dreibuchen. Schauen Sie mal, da unten geht es nach Wanderparkplatz in Dreibuchen, da ist die oberste Gaststätte. Mit Kinderspielplatz, da könnt ihr noch verschiedene Wanderwege, das sind auch geschildert. Und da ist ein Rundenweg von Dreibuchen und da kommen wir vom Lemberg an der Weyer, an der Ruhetalphütte. Aber wir laufen jetzt wieder da zurück. Hier runter laufen wir jetzt wieder nach Lemberg. Und da, da laufen wir noch permanent hoch. So, jetzt sage ich mir den schönen Waldweg in Lemberg. Wie der Wald aussieht. Guck mal, da haben wir so schöne Steinchen. Hier, schön. Können wir fotografieren, wenn ihr wollt. Aber wenn wir da nun nach Lemberg kommen. Von Lemberg am Ruhetalphütte. Das ist 2,3 Kilometer bis nach Dreibuchen. Das ist auch geschildert. Ja, und da gibt es noch zwei verschiedene Wege. Da geht es 1,5 Kilometer bis nach Glashütte. Und 6 Kilometer bis nach Hoher List. So, schöne Bam. Ist alles schön drehen. Ja, da kann man auch reiten. Guck mal, schauen Sie mal durch den Kot. Ja, vom Pferde. So. Aber wir haben einen schönen Feiertag. Heute ist der 1. Mai. Und schauen Sie mal das Wetter aus. Wie es das aussieht. Das ist so stark bewölkt. Die Sonne kommt langsam raus. Wir haben so drei Draht heute Morgen. Und jetzt heute Mittagszeit 14 Draht. So. Schauen wir mal einen schönen Waldgebiet. Da wollte ich denen auch noch was sagen. Was die Wehrstätte gemacht hat. Das war nicht schön. Ja, die schreiben so Mist. Ja, aber ich kann nicht so verstehen, was die so rumschreibt. Ah ja, das ist so. Ich muss auch aufhören, was die so Mist machen. Das machen wir nicht. Immer auf YouTube belästigen. Das geht so was nicht. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind gleich da unten und da haben wir das Schaft an den Wegbrotzen. Das ist auch das Schilder. Jetzt bleibt man noch eine schöne Kurve rum. Jetzt sind wir da, Schikane recht, die Kurve recht. Da müssen wir noch einmal recht kurven und da sind wir da vorne an der Kreuzung. Da müssen wir noch 5 Minuten laufen. Oh, das ist mal ein Stück runter der Falle. Okay. 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 Ja, das ist schönes Waldgebiet. Der Wald ist auch grün. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Da ist auch ein Rundweg, da geht es um den Turm, dann der Weg, ja da geht es Rote Bärfellweg. Das heißt Rote Bergweg. Wir haben gleich da geschafft. Das ist die Kurve, die Kurve recht. Schau dir mal da, bisschen Fleisch da vorne an der Treuzung. Noch ein paar Meter, denn auf der Schaft. Jetzt reicht der Ursch mit der Schäne Schielte. Da guck mal, dass das rote Baum stammt. Da muss gefällt werden. Eine riesen Baumstamm. So. Da guck mal, das ist ein schöner Weg. So. Mit leichten Schaft. Auf dieser Richtung geradeaus laufen wir wieder Rotalphüte. Und auf diesem Weg, wo es vorne geht, vorne der Radhaus. So. Da steht ein Schild. Können wir mal lesen. Drei Buchen. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite steht Glashütte und Horlist. So. Da ist der drünen Treuz. Da geht es links ab. Horlist und Glashütte. Auf der anderen Seite geht es nach drei Buchen. So. Wir laufen jetzt diese Richtung. So. Morgen. Morgen. Wir sehen uns bald wieder auf Youtube. Videodreh. Tschüss. Bis gleich.